Du bist doch selbst schuld an deinem Verlust. Wie kann man nur so doof sein? So naiv muss man erstmal sein. Das sind Sätze, Aussagen, die ich immer wieder höre, wenn ich Videos zum Thema Love Scammer schaue oder auch zu anderen Themen, wo Menschen von anderen Menschen betrogen wurden. Ich habe ja selber letztes Jahr Erfahrung mit einem Love Scammer gemacht. Ich bin Gott sei Dank nicht geschädigt worden finanziell, da ich kein Geld gezahlt habe. Aber es gibt genug Menschen, die das tun. Und mich persönlich regen solche Aussagen massiv auf. Denn ja, es mag sein, dass wir naiv sind. Mit wir meine ich jetzt die Menschen, die auf solche Personen hereingefallen sind. Aber wir sind weder dumm, noch bescheuert, noch sind wir selber schuld daran. Wie gesagt, naiv? Ja, sicherlich. Und ein Stück weit auch bedürftig. Denn das ist genau das, was passiert, wenn Menschen in solch eine Situation geraten. Es ist eine gewisse Bedürftigkeit da, die meist ausgelöst wird durch irgendeinen Schicksalsschlag, ein tiefes Trauma oder einfach eine Situation, in der man sich unendlich allein fühlt. Und wenn das so ist, dann ist es einfach schön, wenn da jemand ist, der einem das Gefühl gibt, ich bin für dich da. Ich höre dir zu. Und ja, der vielleicht auch irgendwann sagt, hey, ich habe mich in dich verliebt. Das tut einfach verdammt gut in solch einer Situation. Und da mag es dann auch oft passieren, dass das Gehirn einfach abschaltet. Ich gebe zu, dass es auch mir manchmal schwerfällt, zu verstehen, warum Frauen fünf-, sechsstellige Summen zahlen an diese Menschen, an Menschen, die sie noch nie gesehen haben. Aber nach meiner Meinung setzt dann tatsächlich irgendetwas im Gehirn aus. Aber auch das hat nichts damit zu tun, dass diese Menschen dumm oder blöd sind, sondern sie sind natürlich zu dem Zeitpunkt schon so gefangen in dieser ganzen Geschichte, in ihrer Traumwelt, dass sie nicht sehen wollen, dass das nicht die Realität ist. Und da setzt dann wirklich etwas im Gehirn aus. Und zusätzlich muss man sagen, dass die Täter es natürlich auch so geschickt machen, dass sie mit Bildern ankommen, wo sie selber drauf sind, mit Wunden im Gesicht oder im Gefängnis oder irgendwelche Anrufe, wo geschluchzt wird, wenn du mir nicht hilfst, komme ich hier nicht mehr weg. Mein Leben ist in Gefahr. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, wenn diese Vertrauensebene aufgebaut ist und dieses Gefühl der Verliebtheit, ob man das jetzt verstehen kann, dass man sich in jemanden verlieben kann, den man noch nie live gesehen hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn dieses Gefühl aufgebaut wurde, dann zu widerstehen, wenn der geliebte Mensch sagt, hier, ich bin gerade massiv in Nöten und wenn du mir nicht hilfst, dann passiert was ganz Schlimmes. Da zu sagen, mache ich nicht, das erfordert einfach sehr, sehr viel Stärke und diese Stärke haben viele in dem Moment einfach nicht, weil sie so sehr da drin hängen, weil sie in ihrer Scheinwelt sind. Aber das hat, wie gesagt, nichts mit Dummheit zu tun, sondern das ist ja eigentlich im Grunde ja auch ein Hilferuf und etwas, was er traurig macht, dass diese Menschen sich so einsam fühlen, so verloren sind oder so in ihren Mustern drin hängen, dass sie da nicht rauskommen. Und das finde ich einfach ja sehr, sehr schwierig, dann da zu sagen, hey, du bist einfach zu blöd oder du bist ja selber schuld daran, weil genau diese Sätze sind es ja, die Betrugsopfern oder überhaupt Opfern von Straftaten es so schwer machen, sich bei der Polizei zu melden. Ich bin damals auch, als die Geldforderung kam, zur Polizei gegangen. Für mich war klar, ich werde nie zahlen, aber ich wollte, dass es dort aktenkundig ist. Ich habe Gott sei Dank auch nie irgendetwas über meine Konten laufen lassen. Aber ich wollte dennoch das Ganze bei der Polizei melden und es aktenkundig machen, einfach nur zur Sicherheit für mich, weil ich nicht wusste, ob da noch irgendwas hinterherkommt. Gott sei Dank viel Glück gehabt, da kam nichts mehr und damit war das Ganze nach einem Monat beendet. Aber dennoch, und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Ich hatte dort jemanden, der wirklich sehr verständnisvoll war und der ja auch gut darauf reagiert hat, aber es war dennoch nicht einfach, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch so in der Enttäuschung drin steckte. Und wenn dann auch solche Aussagen von außen kommen, wie du bist ja selber schuld daran oder wie kann man nur so blöd sein, dann ist doch verständlich, dass so viele sich gar nicht trauen, es öffentlich zu machen, darüber zu reden und daran tatsächlich zum Teil kaputt gehen. Und deswegen finde ich solche Aussagen einfach so mies und so verständnislos und warum muss man immer bei jemandem, dem es sowieso schon schlecht geht, noch draufhauen? Egal, ob man das selber versteht, aber kann man nicht wenigstens ein Mindestmaß an Respekt dann dieser Person zollen und sagen, okay, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es tut mir leid für dich. Oder versuch dir Hilfe zu suchen oder irgendwas, aber bitte nicht mit solchen Sachen auch noch draufhauen. Weil es geht hier ja auch dann nicht nur zum Beispiel um Opfer von Scammern, sondern gerade auch das Thema der Vergehöhungen ist etwas, was ganz, ganz stark auch da rein spielt, dass auch da ja viele Opfer sich nicht trauen, das anzuzeigen. Opfer von häuslicher Gewalt, genau das Gleiche. Diese Menschen stecken in diesen Mustern drin und wenn sie es dann erkennen, trauen sie sich nicht, es öffentlich zu machen oder anzuzeigen, sich Hilfe zu holen, weil sie Angst haben, dass genau solche Sprüche kommen. Und da dürfen wir uns alle eben einfach mal an die eigene Nase fassen und mal überlegen, hey, selbst wenn ich etwas nicht verstehen kann, habe ich da einen Menschen vor mir, der geschädigt ist und dem es gerade echt dreckig geht. Muss ich da wirklich noch draufhauen? Also ich finde, das ist einfach ein Verhalten, das geht gar nicht. Und ja, deswegen einfach hier mein Appell daran, wenn ihr merkt, dass ihr in eurem Umkreis jemanden habt, wo die Gefahr besteht, dass dieser Mensch vielleicht da eine Dummheit macht oder ihr merkt, dass sich jemand verändert hat, sprecht diesen Menschen doch einfach mal drauf an, bietet eure Hilfe an. Es kann sein, dass ihr abgewiesen werdet und dass der Mensch sagt, nee, lass mich in Ruhe, will ich nicht oder will ich nicht drüber reden. Dann respektieren natürlich, aber dann habt ihr es wenigstens versucht. Und ich finde, das sind wir uns irgendwie gegenseitig schuldig, dass wir einfach auch ein bisschen aufeinander achten. Und wenn wir merken, dass es jemandem nicht gut geht, einfach zu sagen, hier, wenn du reden möchtest, ich bin da. Und dann kein Verständnis heucheln, weil das bringt auch niemandem was. Aber zumindest da sein und nicht draufhauen, sondern konstruktiv mit dem anderen überlegen, okay, was gibt es jetzt für Schritte zu tun, um demjenigen zu helfen, vielleicht zur Polizei begleiten oder zu einem Arzt begleiten, wenn es um andere Themen geht. Und einfach da sein, nicht wegschauen, sondern Hilfe anbieten und einfach da sein und zu schauen, ob eben etwas zu tun ist. Denn das hilft oft am allermeisten. Und ja, das musste jetzt einfach nochmal raus, weil, wie gesagt, ich finde diese Kommentare immer wirklich heftig. Und mir ist natürlich klar, dass diejenigen, die diese Kommentare schreiben, dieses Video vermutlich nicht sehen werden, dass ich die damit nicht erreichen kann. Aber wie ist das mit der Energie, die man aussendet? Sie kommt eben letztendlich doch auch irgendwo immer da an, wo sie ankommen soll. Deswegen war mir das einfach wichtig. Und mich interessiert dazu natürlich auch deine Meinung, wie du das Ganze siehst und wie du auch damit umgehen würdest, wenn du merkst, dass du jemanden in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis hast, der sich verändert, dem es nicht gut geht. Und ich hatte damals Freunde, die mich gewarnt haben. Und das hat mir auch geholfen, trotz allem immer einen gewissen neutralen Blick zu behalten. Und ich habe von Anfang an gesagt, ja, 50-50, dass das Ganze echt ist und 50, dass das Ganze ein Fake ist. Und deswegen war für mich auch immer klar, ich würde niemals Geld bezahlen. Aber ja, es ist eben, es kann sehr, sehr leicht passieren. Und ich behaupte auch, es kann tatsächlich auch jedem passieren, in eine Situation zu kommen, in der man nicht mehr Herr der eigenen Sinne ist. Vielleicht passiert es nicht jedem oder kann es nicht jedem passieren, auf einen Liebesgämmer reinzufallen. Aber dass man von Menschen, denen man vertraut, betrogen wird, das kann letztendlich so ziemlich jedem passieren. Und deswegen einfach nicht draufhauen, sondern respektvoll und liebevoll miteinander umgehen und einfach Hilfe anbieten.